Mein Name ist Gunther Krüger. Das ist der Anschlussfilm zu dem Film Knochenbrüche und schnelle Wundheilung, den ich letzte Woche gepostet habe. In der Zwischenzeit ist viel Gutes geschehen. Die Wunde ist am Heilen, trotz aller Prognosen und Befürchtungen der Ärzte. Also alles in Butter zu dem Zeitpunkt, dank deinem Engagement, kann ich sagen. Tolle Sache. Ich hoffe, dass es viele inspiriert, diese Praxis auch zu machen, wenn sie oder wenn du davon betroffen bist. Und jetzt geht es natürlich weiter. Das heißt erstmal, ganz wichtig, die Praxis fortführen. So lange, bis das Ziel erreicht ist, nämlich vollständige Wiederherstellung der Funktion, vollständige Gesundheit, volle Versorgung, volle Heilung sozusagen. Jetzt im nächsten Schritt ist was aufgetaucht, ein Thema, nämlich das, dass ja jetzt in diesem Fuß, an diesen Knochen, in diesem Körper, Fremdteile eingebaut wurden. Und das kann ich verstehen, dass das erstmal befremdet, eine gewisse Abwehr, eine gewisse Abscheu hervorruft, auf eine Weise, weil es ja erstmal nicht zum Körper gehört und neu ist und so weiter. Dazu möchte ich was sagen, denn dieser Körper, der ganze Körper ist gebaut aus dem Material, was hier auf der Erde eben so vorhanden ist. Und diese Schrauben und dieses Metall, die sind aus dem gleichen Material gebaut, im Grunde genommen. Das heißt, dieses Metallteil und die Schrauben sind nicht wirklich Fremdkörper. Die sind nicht wirklich unnatürlich. Die sind genauso Natur wie der eigene Körper auch. Und deshalb versuch es, probiere es aus, diese Sichtweise mal anzunehmen, dieses Metallteil, diese Schrauben mal anzunehmen, als eine Hilfe dafür, dass es dir wieder gut geht, dass du rumlaufen kannst. Dass sich alles wieder bewegt. Und es wäre schön und es ist wichtig, dass der Körper, dass du das annimmst, diese neuen Teile. Denn wenn du sie annimmst, dann wird sie auch dein Körper annehmen. Und dann gibt es auch kein Problem. Und lass dich überraschen, was am Ende dabei herauskommt, wenn du diese Teile dankbar annimmst. Das ist so ähnlich wie mit einer Brille. Das ist toll, eine Brille zu haben, wenn sie notwendig ist. Dann kann man was sehen. Und dafür kann man ja dankbar sein. Oder genauso mit den Zähnen. Wenn da irgendwas ersetzt wurde, ist doch klasse. Und so haben wir die ganze Zeit alle möglichen Hilfen in unserem Leben, die das Leben erleichtern. Und gut, die kann man als unnatürlich ansehen. Dann bleiben sie fremd und können nicht so gut genutzt werden. Oder probiere es halt mal aus, das wirklich anzunehmen. In Dankbarkeit anzunehmen. Und die Konsequenz davon ist die, dass es dein Körper auch gut annimmt. In Gesundheit, im Wohlbefinden. Probier es aus. Ich wünsche es mir für dich, dass du es so sehen kannst. Denn der Körper reagiert einfach darauf. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir alles Gute. Wir sind in Kontakt. Und weiter geht's. Danke schön. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.